Der FB-Torwart Manuel Neuer will die nächste Pleite verhindern. Samstagabend geht's gegen Portugal, Pleite gegen den Weltmeister, jetzt geht's gegen den amtierenden Europameister. Samstagabend muss die deutsche Nationalmannschaft in München gegen Portugal ran. Welche Spieler stehen in der Startelf? Was gibt es Neues aus München? Wo kann ich mir das Spiel anschauen und wer sagt was zur Begegnung? Was hat er gestern so richtig zugeschlagen oder wie ist das abgelaufen? Ja, freilich, der Mats hat nicht gewusst, wann gut ist. Würdest du sagen, das Eichentor wäre nicht passiert, wenn er heute nicht mit Schlagzahl aufgelaufen wäre auf dem Spielfeld? Na ja, so ein Schoppe, das konnte er eigentlich ganz gut. Er wäre Sibeli, der Every Voice ist halt ein bisschen fehl und da hat er sich wie eine Nummer, würde ich sagen. Er hat schon noch bester Schlaggarten gemeint. Ich musste ihm helfen, die Fußballschuhe anzuziehen. So ist halt der Fußball. So ist halt der Fußball.